. . . . . . . . . Hey, was machst du da? Alleisy? Warte, komm rauf! Ja, schon. Hey. Ich bitte Mila. . 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 Einen kleinen Kick. Es scheint dasselbe, wie wenn man verliebt ist. Was? Du bist noch nie verliebt zu sein? Das müssen wir ändern. Das ist im Fall nicht so einfach. Zu mir passt eh nie. Das passt doch zu jedem jemanden. Nur mal die Zahl zum Beispiel. Die haben sie auch gefunden. Oder die. Schau mal dort. Finde Walter. Und das bist du irgendwann? Ja. 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 Ich würde unsere feuchten Lippen gegenseitig ansterren und uns küssen. Okay. Ciao. Hey. Hast du auch Hunger? Ja. 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 Und plötzlich ist es passiert. Das war etwas Besonderes. vor allem, Du bist schon wieder in der Welt. Und du bist auch mit einem kleinen Ding. Du bist auch mit einer Angst. Ja. Du bist auch mit einer Angst. Bis zum nächsten Mal.